Was für ein verrückter Grand Prix. Baku hat auch dieses Jahr gehalten, was das Chaosrennen von 2017 versprochen hat. Entsprechend gibt es für uns viel zu analysieren und zu diskutieren. Unter anderem, wie hat Sebastian Vettel den sicher geglaubten Sieg noch verloren? Wer trägt die Schuld an den zahlreichen Unfällen und Kollisionen? Und hätte das Rennen unterbrochen werden müssen? Auf geht's zu unserer großen Rennanalyse zum Rennchaos von Baku. Ferrari vs. Mercedes. Hallo und herzlich willkommen, liebes motorsportmagazin.com-Publikum. Zu einer weiteren schönen Rennanalyse mit meiner Wenigkeit, Jonas und Christian. Tja, was soll man sagen? Baku, bombastisch. Baku, bist du denn bekloppt? Was war das für ein viertes Saisonrennen 2018? Das komplette Chaos mal wieder. Irre, oder? Unnormal. Wir machen ja immer Aufzeichnungen, was so alles passiert, damit wir das rekonstruieren können. Normalerweise muss man sagen, habe ich ja ein kleines Büchlein, in das ich alles reinschreibe. Das ist aber voll. Jetzt muss ich das auf irgendwelche Blätter schreiben. Sah dann so aus. Ich muss hier oben zuhalten, wir wollen ja keine Werbung machen. Am Anfang noch alles fein säuberlich und so weiter. Und dann steht da irgendwann nur noch Crash, Sepp, Ausrufezeichen, T1, Bottas, Reifenplatz. Also irgendwann hat sich dann alles überschlagen, weil ich es gerade hier so sehe. Wir haben auch ein kleines Tippspiel vor dem Rennen gemacht. Ich sehe, Becker hat auf Bottas' Sieg getippt, Fehling auf Ricciardo' Sieg. Meine Wenigkeit auf Hamilton' Sieg. Also ich glaube, ich muss mir neue Leute suchen, mit denen ich hier diskutieren kann. Guck mal auf P3, wenn ich auf P3 getippt habe. Fair Reise, Perez bei Fehling auf drei, das ist schon stark. Schon stark, ne? Aber Perez kennt man, der kann das. Deswegen ist er auch da und die anderen nicht. Aber da muss man trotzdem den Hut ziehen. Ich danke. Aber ja, fangen wir an. An der Spitze. Mercedes gegen Ferrari, ein episches Duell inzwischen in dieser Saison. Dabei sah es eigentlich gar nicht so episch aus. Also erstmal war es ja so, Fatal hatte vorne eigentlich alles ziemlich unter Kontrolle. Hamilton hat einmal versucht anzugasen, hat sich dabei den Reifen ruiniert. Und damit eigentlich auch die Strategie. Und der war damit ja eigentlich schon raus, wenn man so will. Im Grunde schon, ja. Nachher hat dann eigentlich Bottas die Speerspitze übernommen von Mercedes gegen Vettel. Und ja, anfangs, denke ich mal, hat Vettel auch einfach nur das Ding verwaltet. Und hat erstmal die Pace auch gemanagt. Auch ohne Hamilton-Fehler. So wirklich gefährlich war der wirklich nicht. Hat man dann auch nach den Stops ja gesehen, dass dann selbst mit den frischen Reifen der Mercedes von Hamilton nicht nennenswert aufholen konnte auf Vettel. Also ein Undercard hat überhaupt nicht funktioniert gegen diesen Ferrari. der einfach komplett überlegen war dem Mercedes. Aber an der Stelle muss man vielleicht auch noch sagen, als Sepp dann wiederum die Reifen gewechselt hat, von den Supersoft auf die Soft, hat man auch gesehen, dass bei ihm die frischen Reifen nichts gebracht haben eigentlich. Das Delta war schon scheinbar offenbar ziemlich groß. Dann einfach im Baku zwischen, oder der Soft, speziell bei Ferrari vielleicht auch wieder das Problem. Ja, aber bei Mercedes hat er auch nicht viel gebracht. Also ich glaube, die Gefahr vom Undercard und so weiter. Der Absatz war eh zu groß auch. Also er hatte ja eigentlich, ich glaube, um die fünf Sekunden, nach dem Fehler waren es acht, wenn ich mir nicht irre. Da waren es vier Sekunden, ja. Der hatte drei, vier liegen lassen mit dieser einen Aktion und damit war auch aus dem Fenster ja komplett raus. Also erstmal nicht nur, dass der Reifen kaputt war und der dann viel früher ran musste, als eigentlich geplant. Er hatte ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schnelle Zeiten. Aber Vettel hat auch pariert, muss man auch sagen, als Hamilton ein bisschen angezogen hat. Dann kam halt der Fehler von Hamilton, laut Team eine Windböe, Ende statt Ziel. Aus einem Gegenwind wurde auf einmal ein Rückenwind und deswegen hat der Bremsflug nicht mehr gepasst. Nice drum, Bremsplatten war drin. Also so ein bisschen an Nico Rosberg erinnert. Oder an jeden anderen Rennfahrer, der die Ausrede benutzt. Aber Gast of Wind ist so ein bisschen jetzt Nico Rosberg. Eigentlich schon. Ja, letztendlich hat Hamilton damit seine Chance verspielt, hat er nach dem Rennen auch selber gesagt, er hat eigentlich sehr viele Fehler gemacht für einen Sieger und kann es nicht verstehen, dass er da oben steht. Er nimmt es zwar mit, aber ja und letztendlich Kampf um den Sieg eigentlich dann Bottas, der diese Ultrasoft-Strategie fahren konnte, die Mercedes sich ausgedacht hatte, die er dann aber auch nicht so umsetzen konnte, wie es eigentlich geplant war mit der Safety Car-Phase dann am Ende. Erst wenn er sein Ultrasoft bekommen, aber die Frage ist, ganz ehrlich, die Frage ist, fände ich da, hat man nicht auf den Safety Car spekuliert. Ich denke auf jeden Fall. Also Bottas hat das auch so gesagt, dass sie genau davon ausgegangen sind. Ich fand es erst mal erstaunlich, nochmal das zu sagen, wie lange er überhaupt mit diesem Startreifen gefahren ist, wie lange er da durchgehalten hat. Also das ist ja 40 Runden damit gefahren, bis der Safety Car wirklich kam und ist nicht langsamer geworden eigentlich. Also da schon echt eine starke Performance, keinen Fehler gemacht auch. Also das muss man auch mal Bottas hoch anrechnen. Der hätte diesen Sieg echt verdient gehabt, bis dann dieser super bittere Moment halt einfach kam. Und dementsprechend lag er eigentlich absolut auf Siegkurs dann durch das Safety Car aller spätestens. Da ist dann die Frage, hätte jetzt Ferrari denn unbedingt wirklich stoppen müssen oder nicht? Genau finde ich, das ist der Punkt. Also man kann natürlich sagen, Ferrari hatte jetzt Pech mit dem Safety Car. Aber man kann natürlich auch sagen, was hat Ferrari überhaupt gemacht? Das war ja völlig unnötig. Also wir werden das in unserer Rennanalyse, kann man das auch nochmal genau nachlesen alles, mit Abständen und so weiter und Rundenzeiten. Es war ja völlig unnötig, den Vettel in der Situation reinzuholen. Der Hamilton, also ursprünglich Mercedes ist ja eigentlich mit einem leichten Strategievorteil ins Rennen gegangen, weil man zwei gegen eins hatte, Hamilton und Bottas. Dann hat Hamilton durch seinen Verbremser diesen Strategievorteil weggeworfen. Weil er musste dann sofort rein und dann hatte man auf einmal nur noch eins gegen eins. Aber Bottas mit relativ großem Rückstand. Was macht Ferrari? Das ist die Frage, wieso holt Ferrari dann irgendwann den Vettel rein, komplett ohne Not? Hamilton hat minimal gewonnen auf den frischen Softreifen, auf Vettel, auf den Supersoft. Minimal. Er hatte aber acht Sekunden Rückstand nach seinem Fehler. Vettel hat gesagt, ja wir hatten Angst, dass der Windschatten kommt und so weiter. Dann hat er dann nicht gerechtfertigt diese Angst, wenn nicht die zwei Sekunden, die er in diesen Runden aufgeholt hat, dann sind es immer noch sechs Sekunden, das ist immer noch kein Windschatten. Und dann hast du noch den Bottas. Und eigentlich kann er doch nur darauf abziehen, dann diesen Bottas zu covern. Weil erstens für den Fall, dass ein Safety Car kommt und zweitens für den Fall, dass sich der Bottas dann die Ultrasoftreifen krallt, was ja der Plan dann war, und allen um die Ohren fährt, weil der Vettel ja nur noch die Soft hatte am Ehrenende. Also ich verstehe es nicht. Versteht es von euch irgendjemand? Nee, nicht so wirklich. Also das Einzige, was ich auch mir so immer auch denken kann, ist so ein bisschen vielleicht auch so eine China-Angst, wo Red Bull dann mit den frischen Reifen am Ende kam und dass dann deshalb gedacht wurde, ja wir müssen auch nochmal was Frisches aufziehen irgendwie und haben dann sonst gar keine Chance mehr. Aber ansonsten denke ich auch einfach, da war er einfach die Führung verschenkt erst mal und dann überhaupt Vettel so genötigt nochmal angreifen zu müssen, was er dann voll verpatzt hat. Ach, das war echt unnötig. Ja, das war dann quasi die entscheidende Szene, wo Ferrari das Rennen dann endgültig aus der Hand gegeben hat, als Vettel diesen einen Angriff versucht hat beim Restart sofort, sich verbremst hat, auf 4 zurückgefallen ist, eine Runde darauf noch von Perez kassiert wurde, da war es dann vorbei. Bei Bottas muss man wirklich sagen, ganz, ganz bitter einfach nur, er kam halt als Erster an dieser Unfallstelle vorbei, das hat man im Fernsehen gar nicht gesehen, dass beim Restart Magnussen mit Gasly kollidiert ist. Da gehen wir später noch kurz darauf ein. Und auf jeden Fall langen dann die Wackteile rum, Bottas kam als Führung als Erster vorbei, auf der Idealline voll drüber gefahren, da war der Reifen hin, der Sieg weg. Also wirklich ganz bitter für Bottas, der eigentlich, wie gesagt, wirklich alles richtig gemacht hat. Aber Ferrari, das ist halt das, was auch Experten mit Nico Rosberg schon gesagt haben in China, also Ferrari, die sind strategisch nicht kugelsicher. Also die machen auch Sachen, wo man halt dann am Ende, ja, wo man dann am Ende den Kürzeren zieht. Wobei ich da auch ein bisschen bei Toto bin. Ich meine, wenn sechs Autos auf einmal mit um den Sieg fahren, wird es natürlich enorm komplex, das Ganze. Aber in dem Fall, es gab einfach keinen Grund, den Vettel reinzuholen. Und damit hat man ihn in die Bredouille gebracht. Außerdem fuhen da gar keine mehr, gar nicht mehr sechs um den Sieg, Red Bull war ja weg am Anfang. Stimmt. Das muss man sagen. Oder zumindest spätestens nach der Safety-Carphase, nach der zweiten Bahn sind sie dann auf jeden Fall weg. Aber auch vorher waren die schon weg vom Fenster. Also die waren ja nicht schnell. Aber gut, man weiß nie, wenn ein Safety-Car kommt und dann vielleicht mit den Ultrasoft funktioniert es vielleicht doch ein bisschen anders. Aber sprechen wir doch mal über den Verbremser von Vettel. Weil das war so ein Alles-oder-nix-Manöver, oder? Ja, so sah es definitiv aus. Also die Rauchwolke war lang genug und früh genug. Also da hat er schon on the edge, den Riccardo versucht vom letzten Jahr zu kopieren. Hat er nun leider nicht geschafft. Also, ja. Ich meine, Vorwerfen kann man es ihm nicht. Das war der Restart. Das ist am besten, wenn man es da macht. Wobei man auch da sagen muss, der Restart vom Vettel war auch gar nicht mal so gut. Der Bottas hatte einen kleinen Vorsprung, der hat das richtig gut gemacht auch. Und der Vettel ist da wirklich erst ganz am Ende im Windschatten rangekommen. Wenn der einen besseren Restart hingelegt hätte, dann wäre der schon vorher auf gleiche Höhe gewesen. Hätte den Move vielleicht auch machen können. Aber so muss er halt auf der Bremse ganz spät erst kommen. Hat er es dann halt nicht hingekriegt. Aber passiert. Also da ist halt keiner perfekt, was das angeht. Dazu kommen wir dann gleich eh noch. Naja, perfekt. Ich glaube, der Riccardo hätte die Kurve noch bekommen. Ich nehme mich jetzt mal... Bekommen hat er sie ja auch noch. Also war ja nicht wie Formel 2, wie Russell, dass er dann an der Mauer leider gestanden ist. Er hätte ganz bitter ausgehen können für Vettel. Ja, stimmt. Wenn er auf die Auslaufzone wäre das ganze Feld durch gewesen. Also da ist er sogar noch mal zwei blauen Augen davon gekommen, wenn man ehrlich ist. Man muss aber sagen, diese Szene gibt es ja tatsächlich sehr oft in Baku. Formel 2, wenn man sich anschaut. Ich meine, die Formel 2 hat jetzt in drei Jahren, glaube ich, 80 Restarts in Baku. Und es ist ja regelmäßig so. Einer übertreibt es komplett beim Restart, bremst sich da rein. Und in der Formel 1 war es halt Vettel irgendwie jetzt. Es lädt halt auch einfach ein, diese erste Kurve. Und man muss auch bedenken, speziell ich bin fast vom Stuhl gefallen vor Aufregung an diesem Restart. Weil du hast ja dann gesehen. Klar, Bottas war erst vorn. Und dann hat Vettel massiv aufgeholt auf einmal so 500 Meter vor Ende. der gerade. Und dann hinterher kamen auch noch Hamilton, Rai Köhnen, alle umeinander geknubbelt auf einmal. Und ich dachte, jetzt gibt es hier gleich mega Carnage. Hätte das auch passieren können. Da hat er auch noch so einen Punkt für Vettel, dass er halt auch gucken musste, dass das nicht passiert wird. Der musste eben spät einen Bremspunkt sowieso haben. Wenn er gesagt hat, ich mache jetzt safe, bleibe hinter Bottas, hätte locker sein können, dass der Hamilton noch vorbeigeht. Vettel selbst sagt übrigens, was, ich meine, wir spielen alle mal auf unseren Konsolen, so ein bisschen Formel-1-Spiele und so weiter, kennen das so ein bisschen, das Problem, dass man sich sehr, sehr schwierig tut mit der Orientierung in Baku. Man fährt ewig lang geradeaus. Und dann gibt es auf der rechten Seite den Curb, sieht man, wann der anfängt. Das ist für mich immer, wenn ich spiele, so der Bremspunkt. Man hat natürlich die Schilder. Aber auf der rechten Seite waren in dem Fall Hamilton und ein bisschen vor ihm noch der Bottas. Das heißt, er hat diese Orientierungspunkte nicht gehabt. Und auf der linken Seite hat man nichts. Also klar, Riccardo hat es immer geschafft. Ja, fast immer. Reden wir später noch. Reden wir gleich nochmal drüber. Aber er hat diese Orientierungspunkte nicht gehabt. Und dann hat er gesagt, eigentlich hat er ja gar nicht so spät gebremst. Es war nur, er hat eine Bodenwelle erwischt. Und dadurch hat er Reifen blockiert und dadurch hat er es überhaupt nicht bekommen. Aber er sagt, der Bremspunkt war gar nicht so falsch und der Orientierungspunkt hat ihm gefehlt. Allerdings sagt er, das sind jetzt zwei Sekunden von dem ganzen Rennen. Der Rest war tipptopp. Absolut. Hat er recht. Und das ist auch der Punkt. Wieso war Ferrari wieder so schnell und Mercedes tatsächlich so langsam? Also es war ja schon im Qualifying. Hätte der Vettel nicht diese letzte Runde noch verhauen. Der Vorsprung wahrscheinlich wäre noch größer ausgefallen. Hätte Kimi seine Runde nicht verhauen. Genauso, ja. Man muss sich bei Mercedes schon ein bisschen jetzt Gedanken machen. Ja, dass es eben jetzt auch wirklich samstags schon so krass ist. Also dass Ferrari wirklich da schon, man muss sagen, dominant ist eigentlich. Also sie haben im Grunde, ist Ferrari jetzt da, wo Mercedes letztes Jahr vor Ferrari war. Also das ist schon beeindruckend. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, dass es sich so krass entwickelt. Gerade auf einer Strecke wie Baku. Ich meine, man kann es vielleicht in Bahrain oder China noch verstehen, dass der Ferrari dann jetzt vielleicht da besser ist. Aber Baku, so eine Powerstrecke, da war Mercedes früher, die haben ja 2016, glaube ich, eine Sekunde den Ferraris abgenommen. Letztes Jahr war es auch noch eine halbe oder so. Also auch die ganzen Kundenteams auch immer super vorne mit dabei. Mercedes Power, die waren Baku eigentlich unschlagbar die letzten Jahre. Und jetzt auf einmal fährt selbst so ein Leclerc mit seinem Ferrari-Motor sauber ins Q2. Also Ferrari, die scheinen da schon auch Bums jetzt zu haben. Man hat es ja auch im Restart ein bisschen gesehen. Du hast es vorhin ja angesprochen. Ursprünglich war der Restart von Vettel gar nicht so gut und ist erst am Ende in Winsch angekommen. War es nur der Winschern oder war es die Ferrari-Power, fragt man sich jetzt auch natürlich. Müsste man mal schauen, wie der Winter war in der Situation. Also wenn er von vorne kam, dann war wahrscheinlich der Windschatten doch ausschlaggebender. Aber ich denke schon, dass die Ferrari-Power wird schon was gebracht haben. Und das, obwohl Mercedes eine Abstimmung gefahren hat. Man hat es ganz klar an den Topspeeds und an den Sektorzeiten gesehen, die wirklich auf Topspeed gegangen sind. Also der Mittelsektor war ja immer eine Katastrophe, schon im Qualifying und im Rennen dann erst recht. Vettel hat gesagt, ja im letzten Sektor war der Hamilton nur so stark, weil er schon ein bisschen Windschatten hatte und so. Nee, das war schon eine richtige Highspeed-Abstimmung. Und ich glaube, das war auch ein bisschen der Grund dafür, wieso sich Mercedes so extrem schwer getan hat, die Reifen ins richtige Fenster zu kriegen. Weil du weniger Downforce hast mit der Abstimmung, hast weniger Loads auf den Reifen und dann rutscht du ein bisschen mehr. Du hast dich schwer, die Reifen richtig ins Fenster zu kriegen. Aber so wirklich viel hat die Abstimmung noch nicht gebraucht. Ich habe noch den ersten Restart im Hinterkopf. Da war Hamilton auch mal neben Vettel dann irgendwann. Und als er aus dem Windschatten rausgezogen ist, dann ging halt nichts mehr weiter. Also dann hast du gesehen, als beide da nebeneinander waren in Clean Air, dann hat der Mercedes nicht mehr geschafft, wieder weiter zu gainen, sondern ist dann wirklich eher wieder zurückgefallen sogar. Also da siehst du auch, dass selbst mit Topspeed-Abstimmung irgendwie der Ferrari da trotzdem noch so ein bisschen die Nase vorne hatte. Also schon... Übrigens, der erste Restart, mit dem befassen wir uns später noch, der ist nämlich tatsächlich ein Fall auch für unser Regelbuch. Sehr interessant, aber ich glaube, damit haben wir jetzt das erste Thema mal abgeschlossen. Oder gibt es noch irgendwas, was auf der Zunge liegt, was euch brennt unter den Fingernägel? Ich glaube in dem Fall jetzt nicht. Also es ist ein glücklicher Sieg für Mercedes, der erste jetzt in diesem Jahr. Ich muss man sagen, sehr viel Glück für den glücklichen Hamilton. Ja, und da in Barcelona haben wir dann irgendwie eine ganz andere Strecke, die wir von Testfahrten zwar kennen, aber da wird es dann auch wieder spannend zu sehen, ob Mercedes da zumindest im Renntrim dann wieder näher dran ist. Weil wenn Ferrari da jetzt so wegzieht, wie das jetzt in Baku war, dann könnte es schwierig werden mit einer Titelverteidigung. Kommen wir zum zweiten Thema in Baku. Eigentlich fast das größte Thema. Ja, der riesige Crash von Red Bull. Wir haben es eben schon kurz angedeutet, bei Riccardo, wo du meintest, Flo, nicht immer klappt das mit den Bremsen bei ihm. Du bist da so der Meinung, der Riccardo war da schon eher schuld. Muss ich schon so sagen. Also eins muss man ganz klar sagen, der Verstappen hat seinen Ruf weg. Der hat doch genug Mist gebaut dieses Jahr schon, ganz klar. Aber zu 100 Prozent, die Meinungen wären genauso, wenn jetzt die Rollen vertauscht wären, wenn der Verstappen dem Riccardo mitten draufgegangen wäre, dann würden Leute dasselbe sagen, bin ich von überzeugt. Was ich sehe, ist halt einfach, ja, der Move von Verstappen auf der Bremse, dieser kleine, der ist vielleicht nicht fein. Aber was ich viel eher gesehen habe, war beim Riccardo einfach, es war halt eine andere Situation, Riccardo, der ist ja sonst mit Überholen, der hatte einen sehr guten Riecher, der hat eine sehr gute Intuition. Aber der macht es normalerweise so, dass er den Gegner vorne sich in Sicherheit wiegen lässt, auf der Bremse spät kommt, die Tür ist auf, er geht rein und dann der wichtige Punkt, ein Überholmanöver ist halt dann vor allem gut und dann auch safe, wenn man es schafft, beim Anbremsen die Vorderachse am Einlenkpunkt vor dem Gegner zu haben, weil dann kannst du halt die Linie diktieren, kannst dem diktieren, wo er hinfährt, nicht ihn abdrängen, aber du hast halt dann die Linie und gehst durch. In dem Fall war es aber so mit Ansage, der Verstappen, der ist so Kampflinie gefahren, der war so weit innen, dass das bisschen, was da aufging, das konnte Riccardo eigentlich auch antizipieren, dass Verstappen, wenn er die Kurve dann anbremst, dann irgendwann mal ein Stück noch rüber geht, damit er die Kurve fahren kann, dass der Platz, der da aufgegangen ist, nicht für den Überholmanöver langt, schon gar nicht, um dann noch vor der Kurve so zu gehen, dass halt die Vorderachse vorne ist, dass er die Kurve bekommt, ohne einen Unfall zu provozieren. Also letztendlich, selbst wenn Riccardo die Lücke bekommen hätte, meiner Meinung nach, wäre er nur vorbeigegangen, wenn Verstappen den Unfall vermeidet. Also Riccardo hat in dem Moment schon, ich kann es auch verstehen, der hat rot gesehen, nachdem, was alles vorher passiert ist, er wusste, er war schnell, er wusste, er hat ihn schon mal geknackt. Ich kann es auch nachvollziehen, dass er den Move da anbringen wollte. Aber letztendlich hat er sich da einfach für mich verschätzt, weil er einfach eine Lücke gesehen hat, die nicht da war und es wäre auf jeden Fall klüger gewesen. In dem Fall, der Verstappen ist so krass Kampflinie gefahren, der wäre am Apex und am Kurvenausgang sowas von Gotten langsam gewesen. Der Riccardo wäre lieber nach außen gegangen, Auto zusammenstauchen, früh einlenken, früh aufs Gas und damit richtig Drive raus, wenn er vielleicht Turn 2 eine Chance gehabt, aber das Innen wäre nicht gut gegangen. Also Verstappen, der jetzt noch ein bisschen sich bewegt hat oder nicht, meine Meinung. Und außerdem muss man auch sagen, wenn Verstappen jetzt zu spät sich bewegt hätte, da hätte er vielleicht Riccardo am Frontflügel erwischt, als er neben ihm war. Aber Riccardo ist ja stumpf hinten drauf. Und da sage ich halt ganz einfach, hat Riccardo sich dieses Mal verschätzt? Lange Rede, kurzer Sinn, du hast nicht recht. Du aber auch nicht, weil die Stuart sagen, was ganz anders ist. Nee, ich sehe das tatsächlich ganz anders. Weil, das ist ja auch das Schöne, dass man solche Stufen anders sehen hat. Das ist auch eine Glaubensfrage, keiner von uns sieht es wie die Stuarts zum Beispiel. Man muss dazu sagen, du sagst, er hätte sich positionieren können für danach, das hat er davor schon ein paar Mal versucht in den Zweikampf und geklappt hat es nie. Also, er muss da versuchen und, dass er die Kurve kriegen kann, wenn er so spät bremst und da bremst, das hat er schon gezeigt. Wenn es einer kann, dann kann es Riccardo, der kann das besser als Vettel, muss man auch sagen. Das ist ja unfassbar, was er in den vergangenen Jahren da schon gemacht hat. In dieser Kurve speziell, aber auch auf anderen Strecken, Austin oder so, wie der da manchmal reinbremst, unfassbar, was der auf der Bremse macht. Also, ich sage jetzt, erstens, bekommen diese Kurve. Und zweitens, darf der Verstappen, es ist ja eh schon eine Regel, dass du nicht zweimal Richtung ändern darfst. Und dann macht der Verstappen das, auch wenn es nur ganz leicht war. Aber er macht einmal die Tür auf. Und in dem Moment, in dem er rechts rüber zieht, man muss das übrigens auch mal als Onboard von Verstappen sehen, das sieht so minimal aus bei Verstappen. Wenn du das hinten von Riccardo siehst, öffnet sich tatsächlich eine Lücke, eine richtige. Absolut, ja. Und sobald sich diese Lücke auf der linken Seite öffnet, und da war mindestens Platz für ein Auto zwischen Mauer und Verstappen, dann muss der da reingehen, der Riccardo. Und dann committet er sich, committet er sich und dann zieht er auf einmal Verstappen wieder rüber. Und dann ist für ihn der Unfall unausweichlich. Also, übrigens auch die User, du hast gesagt, Verstappen hat so seinen Ruf ein bisschen weg. Der wäre eh nicht damit weggekommen. Also, wenn er sich dann draufgefahren wäre, das wäre genauso ausgegangen. Aber unsere User, zigtausend Leute haben abgestimmt, und die sind, glaube ich, ungefähr 70 Prozent die Schuld bei dem Kollegen Verstappen. Wir haben jetzt natürlich, nachdem das ja schon so beliebt war, in unserer letzten Rubrik, packe ich mal hier unsere ganzen Unterlagen weg, Modellautos. Wir ersetzen mal schon so schön mit dem Ferrari-Spiel. Man merkt übrigens, unser Chef Mike, auch wenn er noch sehr, sehr jung aussieht und sich sehr gut hält, er ist doch schon ein bisschen älter. Man sieht es an den Autos, die wir hier in der Vitrine stehen haben. Also so einen alten Benetton von Schumi. Wir haben leider keinen Red Bull, also so modern sind wir noch nicht. Und deswegen, ich glaube, der Schumi, der Junge, das ist der Verstappen in unserem Fall. Das ist ja, sagen wir mal, der Riccardo. Das passt von der Farbe her. Das ist das Einzige, was ein bisschen gepasst hat. Und ja, der Verstappen vorne, Riccardo hinten. Und dann macht der Verstappen eben diesen entscheidenden Move. Ja, er hat die Bewegung gemacht, aber wie gesagt, für mich ist es trotzdem, selbst wenn eine Lücke, wo ein Auto reinpasst, ist nicht immer eine Lücke. Das ergibt es ja auch immer aus der Rennsituation. Erstmal ist leichter und nicht jede Situation der anderen. Alle Situationen sind ja irgendwo individuell. Und auch die Überhümmern, über die Riccardo sonst zeigt, was ich ja gerade gesagt habe, der macht es normal anders. Der hat das Überraschungsmoment und dann kann der Gegner auch nichts mehr machen. Aber da hat Verstappen ja von langer Hand schon gecovert, die ganze Gerade lang und da innen war einfach dicht, meiner Meinung nach. Naja, aber er hat dann eben halt nochmal die Richtung gewechselt. Nur leicht, aber er hat es getan. Riccardo muss natürlich davon ausgehen, gut, vielleicht muss man bei Verstappen nicht davon ausgehen, dass er das nicht macht, weil Verstappen macht es halt. Aber er hätte theoretisch nicht mehr nach links ziehen dürfen. Er hätte links offen lassen müssen dann danach. Und dementsprechend durfte er da auch reinfahren. Und er hätte auch den Bremspunkt bekommen. Und ich denke mal, das Rüberziehen von Verstappen war sowieso auch kein Rüberziehen, damit er die Kurve bekommt von Verstappens Seite. Nein, das war schon eine Reaktion. Das war genau einfach das Kammern da wieder. Das war schon eine Reaktion. Aber wie gesagt, ich sage auch nicht, es ist auch nicht unbedingt fair oder schön. Aber letztendlich ist es für mich nicht die Unfallursache. Die Unfallursache ist für mich einfach, dass Riccardo ein Move versucht hat, der irgendwo nur mit einem hohen Crashrisiko verbunden war und es klüger gewesen wäre, Verstappen ja so vehement covert, da innen nicht mit der Brechstange reinzugehen. Weil selbst wenn er daneben gekommen wäre, Verstappen hätte er auf jeden Fall richtig aufmachen müssen, damit es nicht knallt. Und ein gutes Überholungmanöver, wie Riccardo es auch sonst macht, der ist ja eigentlich beim Einlecken schon vorne. Da braucht auch keine Aufmache, um den Crash zu vermeiden. Der geht einfach durch. Es war mit der Brechstange. Aber was gibt dem Verstappen in dem Moment das Recht, nochmal darüber zu gehen? Und wie kann in dieser Situation Daniel Riccardo den Unfall dann verhindern? In dem Moment dann nicht mehr. Und da kommt noch dazu, das ist ein Teamkollege. Das musst du ja auch noch bedenken, finde ich. Gerade wenn du jetzt gegen ein anderes Team, gegen einen Hamilton oder so, das machst, okay. Aber so krass hart auch vorher schon, wie die gegeneinander gefahren sind. Aber das fehlt dann ja für beide. Da kann man bei Riccardo genauso sagen, in so eine Lücke, da gehst du beim Teamkollegen nicht rein. Wenn du einen Ferrari abschießt, ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber beim Teamkollegen, ja. Also wie gesagt, da scheinen sich die Geister dran. Das ist halt eine Glaubensfrage. Die Stewards sagen zum Beispiel 50-50 oder keiner oder beide. Es ist halt... Man stellte sich nur vor, das wäre bei Frost India passiert. Da wäre jetzt schon wieder so ein dickes Buch Rules of Engagement auf dem Tisch. Das wäre ein schöner Skandal wieder geworden. Bei Red Bulls sind wir da ja noch ganz glücklich aufgestellt, dass die zumindest sagen, wir wollen das. Wir wollen nicht, dass die beide sich rauskegeln. Ob die das jetzt immer noch sagen, gucken wir. Aber die waren auf jeden Fall sehr souverän und entspannt nach dem Rennen erst mal. Obwohl die Fahrer wahrscheinlich schon ihre Meinungen hatten. Aber es hat halt... Die haben sich, glaube ich, schon auf die Zunge gebissen und erst mal nach Hause geflogen. Ja, ich finde es ein bisschen schade fast, dass man da nicht mehr Emotionen nach außen gelassen hat. Weil der Ricardo will sich gedacht haben, so ein Vollidiot. Der Verstappen will sich gedacht haben, so ein Idiot. Aber die haben beide, glaube ich, so Angst vor Dr. Marco. In den Interviews danach hat man denen die Angst richtig angesehen. So, ja, nichts sagen. Ich traue mich jetzt nichts gegen den anderen zu sagen. Dr. Marco hat sich auch erstaunlich gut kontrollieren können, oder? Er sah aber sehr angespannt aus. Das kann man schon sehen. Ich glaube, hinter verschlossenen Türen, da wird es vielleicht auch ein bisschen laut geworden sein. Das war jetzt eigentlich das erste Mal, wirklich diese Eskalation bei Red Bull, die man eigentlich letztes Jahr schon erwartet hatte. Als Verstappen, Ricardo und das zweite Jahr zusammengegangen sind, wo wir gedacht haben, okay, jetzt geht es um die Vorherrschaft im Team. Aber eigentlich ist es davor mal gut gegangen. Es ist immer jeder so sein Rennen gefahren. Die sind eigentlich nie so richtig aufeinander getroffen, außer letztes Jahr Ungarn in der ersten Runde. Aber es war mehr so eine Startkollision, eine Dummheit von Verstappen. Aber so ein richtiger Zweikampf, dass sie ein ganzes Rennen sich behaken und am Ende auch noch abschießen, das hat es vorher dann noch nicht gegeben. Das ist auch eine neue Situation jetzt zwischen den Teamkollegen und für das ganze Team. Also für das Team eigentlich nicht. Für das Team nicht. Also du meinst, der erste Wettkampf-Team-Intenseum-Standing, wirklich, ich bin jetzt hier die Nummer eins und beide wollen wirklich zeigen, dass sie hier der Titelkandidat sind für Red Bull. Weil wir zum ersten Mal so richtig ineinander gefahren sind in der ganzen Zeit. Man muss sagen, Hut ab vor Red Bull generell, dass es überhaupt so weit kommen kann. Weil wenn man sich das Rennen anschaut, diese 40 Runden davor, 39 Runden davor, das war ja fast ein Krieg zwischen denen. Krass. Es gab schon Berührungen, ja. Im Plural. Wheelbanging zwischen Teamkollegen auf einem Startkurs. Das ist ja komplett irre eigentlich. Noch dazu, wenn man sich überlegt, dass die Formel 1 heute ja nicht mehr so funktioniert. Die Formel 1 funktioniert so, man sieht, der eine ist schneller, dann sagt man den anderen, ja okay, lass den vor, weil es für das Rennergebnis des Teams besser ist. Red Bull hat sich dagegen entschieden und das rechne ich dem Team extrem hoch an. Auf jeden Fall. Aber das wäre, glaube ich, so eine Entscheidung gewesen, wenn die das jetzt wirklich gemacht hätten. Also einmal, gut, man sagt, was darf jetzt um so das Lieblingskind von denen. Ich meine, der hat auch schon seinen langjährigen Vertrag jetzt verlängert. Ricardo ist von einer Schwebe. Aber gleichzeitig heißt es auch, und das sagt Ricardo selbst auch, ich bin keine Nummer 2. Und das haben die auch jetzt ganz klar gezeigt, das ist er auch nicht. Er durfte ihn angreifen, er durfte ihn überholen. Naja, aber haben die das gezeigt oder haben die nicht einfach gesagt, eigentlich, ich habe es angesprochen, andere Teams sagen, der Hintermann ist schneller, lass den vorbei, weil das für unser Rennergebnis, für unser Gesamtenergebnis besser ist. Unabhängig vom Fahrerstatus. Genau. Ist so ein Abschluss. Und hat man vielleicht nicht jetzt sogar gesagt, man macht das nicht, weil der Verstappen unsere Nummer 1 ist und weil der Ricardo die Nummer 2 ist. Wenn der Verstappen hinter ihm gewesen wäre, hätte man vielleicht gesagt, du Daniel, der Max ist schneller, lass den mal vorbei. Mich hat das insgesamt, ich meine, wir sehen die Schuld ja eher bei Verstappen, bei dem Unfall. Bei Red Bull hat man gesagt, 50-50 und so. Mich erinnert das so ein bisschen an 2009 Türkei, an Webber Vettel, als Vettel eigentlich klar schuld war an dem Zwischenfall und man bei Red Bull ja auch nicht sich committet hat zu sagen, das war Vettels Schuld, sondern auch eher so fast noch ein bisschen mehr auf Webber geschoben hat. Wobei es da richtig offensichtlich war. Und den Webber damit auch. Da gab es eigentlich gar nichts zu diskutieren. Genau, eigentlich nicht. Und damit hatte man auch den Webber so ein bisschen gebrochen. Dann kam dieses Nummer 1, Nummer 2 Fahrer schon und neue Teile in Silverstone damals und so weiter. Dann hat das alles angefangen. Ist man nicht vielleicht jetzt an dem Punkt bei Red Bull, wo das wieder so laufen könnte? Ja, ich glaube, der Punkt Ricciardo-Vertrag spielt da schon eine Rolle, das du gerade angesprochen hast. Weil wenn der mal sich da mal committen würde zu Red Bull, dann würde es vielleicht wieder anders aussehen. Aber das ist auch im Moment so ein Punkt, der da vielleicht wirklich ein Faktor sein kann. Dass man dann eben gerade wirklich auch eher mit Verstappen planen muss und sich auch lieber den warm hält, weil man halt nicht weiß, macht der Ricciardo überhaupt bei uns weiter oder nicht? Weil ansonsten, wenn beide jetzt klare Zukunft hätten bei Red Bull, sehe ich jetzt keinen Grund dafür, dass man sich da jetzt für einen bekennt. weil die sind einfach für mich zu ausgeglichen. Das Duo bei einem Weber, der schon sein Alter hatte, der Ricciardo ist jetzt auch schon routiniert, aber jetzt beileibe keiner, der jetzt in zwei Jahren dann aufhört oder aufhören muss. Entsprechend sollten die eigentlich bei einer vertraglich gleichen Situation da vollkommen gleich behandelt werden. Und ich glaube, dass das einfach vielleicht der kleine eine Punkt sein kann. Aber unfassbar interessanter Zwischenfall, nicht nur der Zwischenfall selbst, sondern auch die Vorgeschichte. Wie gesagt, ich hoffe jetzt nur, dass Red Bull nicht mit den Rules of Engagement kommt, mit den berühmten. Was glaubt ihr, wird es die geben? Ich glaube jetzt beim ersten Mal noch nicht. Das ist eigentlich bei fast keinem Team so. Beim ersten Mal, ich meine, die haben es ja wirklich jetzt die letzten Jahre, fahren jetzt schon zwei, nein doch, 2016 fast das ganze Jahr, eigentlich schon zwei Jahre zusammen, wenn man so will. Und nie richtig in die Quere gekommen. Es gab ja auch schon harte Zweikämpfe in Malaysia 2016 damals, da haben sie es auch richtig gegeben. In einer schnellen Passage sogar auch nebeneinander und so alles gut gegangen, keiner abgedrängt worden. Also sie haben schon gezeigt, dass sie es auch können. Aber jetzt haben sie glaube ich zum ersten Mal beide so ein bisschen den Kopf verloren. Und da ist jetzt die Frage, also ich denke, das Team wird jetzt noch nichts machen. Aber dann ist natürlich die Frage, treten die nochmal aufeinander, was passiert dann? Und ich glaube nicht, dass es einer nachgibt. Was glaubst du, Jonas? Gibt es das Regelbuch? Ich glaube, wenn es nochmal passiert, dann können sie sich das Regelbuch auch wieder sparen, weil dann, wenn sie nochmal einen Doppelausfall hinlegen, ist sowieso alles egal. Dann sind die in jeder WM-Wertung sowieso raus. Dann können sie sowieso wieder freifahren. Also deshalb glaube ich, kommt nix. Hoffen wir es mal, auf jeden Fall. Insofern, ultra interessante Konstellationssituationen dort. Die Stewards, du hast es auch angesprochen, haben übrigens auch gesagt, beide schuld. Hat mich persönlich ein bisschen überrascht, weil eigentlich ging man davon aus, dass man sich solche Szenen nur noch anschaut, wenn die wirklich eindeutig sind. Wenn ein Fahrer eindeutig zu blämen ist, so hieß es ursprünglich jetzt mal. Dann hat man einen Rennunfall oder vielleicht einen Fall, wo wir, Verstappen in der Schule sehen du den Ricardo und dann bestraft man beide. Also Bestrafung mit einem Reprimand, Verwarnung. Aber wieso lässt man es dann nicht ganz sein oder man committet sich auf einen. Das verstehe ich nicht so ganz. Chaos auf der Startrunde. So, aber es gab ja nicht nur diesen Red Bull-Zwischenfall, sondern vor allem nach dem Start gab es sehr, sehr viele Zwischenfälle, Unfälle und jetzt kommt natürlich der nächste Clou. Wir haben noch ein Modellauto vorbereitet. Das ist quasi unser antiker Chemie hier. Professor Jean Alesi von 95. Aber jetzt haben wir zumindest das richtige Team. Force India haben wir leider nicht. Da muss jetzt nochmal der BMW Williams oder der Benetton, wer hält da her? Flo, du darfst ja aussuchen. Dann nehmen wir den Benetton. Dann nehmen wir den Benetton. Dann fährt hier Schumi gegen den Ferrari. Jonas, deine Sichtweise interessiert uns da glaube ich ganz besonders. Weil diesmal ich hier alleine sitze, wahrscheinlich nicht du. Man muss sagen, es handelt sich um die Startrunde. Es geht um Kurve 3 und es geht um Kimi Räikkönen gegen Esteban Ocon. Ocon hat den Zweikampf gegen Kimi verloren, kann man sagen. Er ist an der Bande gelandet. Rennen zu Ende für ihn. Kimi ist weitergefahren, aber sah erst mal schlecht aus. Es ist am Ende trotzdem noch zweiter geworden bei diesem Chaosrennen. Sag mal, wer schuld ist an dem Ganzen? Bei mir ist das eigentlich ganz schnell erledigt, das Thema. Ich sage da einfach nur ein Wort und das ist Rennunfall. Also für mich war das gar kein so großes Thema. Also klar war das ein großes Thema, weil erst mal schien auch für Kimi das Rennen komplett kaputt. Es gab dann zum Glück nur einen kleinen Frontflügelschaden, der dann durch das Safety Car auch Zeit spart und sogar zum Vorteil noch, weil er sein Ultrasoft loswerden konnte. erledigt werden konnte. Aber die Sache selbst, ja, es ist für mich einfach einfach deshalb ein Rennunfall, weil es ist a, erst mal einfach immer noch verlängertes Startgetümmel und b, ist dann einfach der, also Räikkönen war ja innen und Okon war außen und Okon hat dann erzählt, ja, genau, wenn wir die Autos nehmen, also sie kamen im Grunde von Kurve 2 so und Kimi kam dann wieder auf und am Bremspunkt war, die Position war ungefähr so. Also Räikkönen... Nee, 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 schau's nochmal an. War schon ungefähr so und jetzt war aber kurz vorher noch der Punkt, Okon muss Kimi sogar irgendwie gesehen haben, auch wenn er das, er muss erst mal wissen, das meinten nachher auch die Stewards in ihrer Begründung, Okon muss damit rechnen, dass innen noch ein Auto ist. Er kann nicht sagen, nur weil ich ihn nicht sehe, ist da kein Auto, er muss damit rechnen, dass da wieder noch einer kommt. Und tatsächlich hat Okon kurz vorher jetzt bei der Anfahrt nochmal einen kleinen, hat nur ein bisschen aufgemacht, auch für die Kurve, um auszuholen und spätestens da kann man auch schon sich denken, vielleicht hat er den Räikkönen dann doch gesehen. Naja, dann fahren sie in die Kurve rein und wir haben halt Straßenkurs, Baku, eng und Räikkönen versucht es halt innen noch durch. Okon macht außen halt nicht auf, kann auch eigentlich gar nicht großartig mehr aufmachen, weil dann eben außen dann die Barriere kommt und ja, dann geht es eben so, Okon dreht sich weg, ist in der Mauer, Kimi fährt noch weiter, Frontflügel ein bisschen kaputt. Also, Okon hätte, wenn er nach rechts gefahren wäre, wäre er alleine in die Mauer gefahren. Kimi muss aber da auch irgendwie mal rein, weil er muss da wieder vorbei und es ist ein Rennen kaputt hinter dem, hinter dem Force India, wenn er da ewig festhängt. Also, so gesehen, muss er es auch einfach versuchen und er war auch in der Position, weil er war da und er war nicht da. Also, Florian brennt es schon ein bisschen. Ja, ich konnte es da gar nicht richtig zuhören. Ich versuche es kurz zu machen nach diesem flammenden Plädoyer. Und zwar, was ich gerade gesehen habe, war zu dem Punkt, das war das, was ich gerade auch gesagt habe bei Ricardos Manövern, die sonst so gut sind, wenn man auf der Bremse später dran ist, vorbeigeht und ganz wichtig beim Einlecken die Vorderachse vorne hat, weil dann diktierst du die Richtung, da bist du eigentlich durch. Das hat Reiko in dem Moment gar nicht geschafft. Der war auf halber Höhe, wenn überhaupt und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, beim Anbremsen sogar ein bisschen noch zurückgefallen. So jetzt, ich denke, wenn Okon nicht komplett eingelenkt hätte, hätten die auch beide zusammen durch die Kurve gepasst, aber Okon wäre trotzdem vorne geblieben, weil der wäre immer noch so ein Stück vorne gewesen für die nächste rechts. Also Reiko hat auf gar keinen Fall ein Manöver da durchsetzen können in der Kurve und wäre klüger gewesen in dem Moment, wenn man halt auf der Bremse nicht schafft, auf gleiche Höhe zu kommen oder davor zu kommen und dann noch zurückzustecken. Andererseits, wie gesagt, Okon, der hätte auch ein bisschen mehr Platz lassen können, muss man auch sagen. Aber trotzdem, mehr Schuld vielleicht bei Kimi, weil der Move halt von Anfang an nicht konsequent war. Es wäre kein Rollmanöver geworden, weil der ist vielleicht klüger gewesen, zu sagen, ich lasse ihn jetzt erstmal fahren. Ja, also da sind wir uns diesmal tatsächlich einig, Flo. Ich sehe es wie du, ich sehe die Schuld eher bei Kimi und bei uns, muss man dazu sagen, hat das für sehr, sehr große Verwirrung gestiftet insgesamt noch die ganze Situation. Auch bei mir. Denn wir haben am Ende des Rennens, wir haben gewartet, Stunden nach dem Rennen, wir haben uns ein bisschen gefühlt wie vor zehn Jahren, als die Stewards-Entscheidungen noch sehr, sehr lange dauerten. Man hat ja eigentlich gesagt, man will Sachen schnell klären, vor allem das war die erste Runde. Und dann auf einmal wird nach dem Rennen alles untersucht, wir müssen ewig warten, Stunden auf die Urteile und so weiter. Auch deshalb meine These ja, Rennunfall, entscheide das doch bitte sofort. Dann haben wir Klarheit und müssen eben nicht noch zwei Stunden warten, ob am Ende sogar der Zweitplatzierte vielleicht noch Fünfter wird. Genau, also das war maximal verwirrend. Noch verwirrender wurde es allerdings, als wir dann irgendwann, 20.53 Uhr Ortszeit, gab es dann tatsächlich ein Urteil. Aber dieses Urteil ging an Esteban Ocon. Wir haben gewartet, wann kommt jetzt endlich, also steht hier keine Strafe, no further action bei Ocon. Das hatten wir auch erwartet, aber wir waren gespannt, was passiert jetzt mit Kimi, was passiert mit Kimi, kriegt er noch eine Strafe. Weil normalerweise zwei Fahrer involviert, werden beide angeschaut, wie bei Red Bull ja auch. Selbst wenn dann rauskommt, dass keiner was gemacht hat, aber es werden auf jeden Fall beide angeschaut normalerweise. Und dann kam auf einmal Official Race Classification, das heißt, alles ist durch. Und dann habe ich mich gefragt, wo ist jetzt das Kimi-Dokument? Tatsächlich habe ich inzwischen eine Erfahrung gebracht, die Stewards haben sich gar nicht mit dem Kimi befasst. Die gingen von Anfang an davon aus, dass wenn einer schuld ist, nur der Ocon schuld ist. Also Kimi kam für die gar nicht in Frage. Ganz interessant, Tom Christen ist ein Fahrer-Stewart, erfahrener Mann eigentlich, muss man auch sagen. Der hat das anders gesehen als Flo und ich. Der hat es auch ein bisschen noch anders gesehen als du, muss man auch sagen, weil du hast ja den Salz-Renn-Unfall gesehen. Die haben gesehen, es war wenn dann nur Esteban Ocon, der da, wenn dann schuld ist. Hat uns ein bisschen überrascht, hat ein bisschen für Verwirrung gestiftet. Urteilsbegründung ist auch ganz interessant. Auch wenn er keine gute Sicht hatte, weil diese modernen Autos eben hier auf der Seite mit Headrest und so weiter relativ eingeschränkt sind. Aber er muss davon ausgehen, dass da eben einer ist. Können wir uns nicht so ganz anschließen insgesamt. Verstehen wir eben aus mehreren Gründen nicht. Erstens, wieso hat man es nicht gleich untersucht. Zweitens, wieso untersucht man nur gegen einen Fahrer. Ja, wieso man es nicht gleich untersucht hat tatsächlich ist, weil man einfach Kimi hören wollte. Esteban war draußen, den konnte man schon anhören, Kimi nicht. Man wollte aber beide Fahrer dazu hören. Interessant, auch vor allem vor dem Hintergrund, weil Vos India selbst auf die Rennleitung noch zugegangen ist. Sie haben den angeschwärzt in Räikkönen, aber dann wird nicht gegen Räikkönen, aber gegen Vos India selbst ermittelt. Da haben sie sich vielleicht sogar ein Eigentor geschossen. Also es ist nichts passiert, aber letztlich ist dann doch, auch wenn keine Entscheidung gegen Ocon gefallen ist, das liest sich ganz klar nach, Ocon war eher da der Schuldige. Deswegen gab es auch nur eben dieses Schreiben an Vos India und an Ferrari nichts. Das hat uns gewundert. Das war aber nur ein Teil von Lab 1 Carnage, kann man sagen. Von 100 Unfälle. Ja, jetzt kommt Flo's Lieblingsunfall. Jetzt brauchen wir sogar noch ein drittes Auto. Absolut. Der passt auch der Williams. Jetzt wird das alles ein bisschen kompliziert. Der Williams muss in die Mitte sein. Das ist der Kollege Stroll. Das geht als Renault auch gut durch, der Benetton. Der geht als Renault durch, da musst du noch tauschen. Das ist der Benetton-Renault. Die 27 ist der Höchter. Das ist der Benetton-Renault. Das ist der Benetton-Renault. Das ist der Benetton-Renault. Das wäre ganz gut. Aber das ist doch McLaren-Renault. Na ja, komm. Egal. Also auf jeden Fall ist das jetzt Alonso, das Sirotkin und das ist der Herr Hülkenberg. So, und die kommen jetzt aus Kurve 1 raus. Aus Kurve 2. Aus Kurve 2, Entschuldigung. Auf die kleine Gegend gerade. Hülk vorne, daneben Sirotkin und daneben Alonso. Sirotkin, der übrigens davor noch dem Ocon, glaube ich, nee, wem ist er reingefahren? Turn 2? Peres. Peres ist er da, genau. Hat auch noch eine Strafe bekommen. Der war halt in der Mitte und normalerweise drei nebeneinander auf der Geraden, das passt eigentlich. Aber dann ist der Nico Hülkenberg so ein Stück rübergezogen und hat dann den Sirotkin in den Alonso geschoben. Sirotkin ist dann in der Mitte so ein bisschen zurückgefallen und dann weiter hinten hat dann auch der Hülkenberg vorne den Alonso touchiert. Ja. Und das Auto vom Alonso sah danach so aus. Das sieht man auf 5-1 nicht so oft. Richtig schön. Kommen wir dann gleich eh nochmal ein bisschen zu bei den Fahrer-Härtefällen beim Ranking. Muss ich sagen, also erstmal die Situation an sich. Die Stuarts haben es gar nicht geahndet. Die haben gesagt, Rennunfall, da passen nicht drei nebeneinander. Also rein optisch passen da schon drei nebeneinander, aber gut. Schuld muss man in dem Fall sagen, wenn, dann Hülkenberg, weil der es halt außen gewesen hat, ist rübergezogen. Ja, Sirotkin konnte nirgendwo hin. Alonso war schon sehr weit links eigentlich. Sei es drum, ist dann halt passiert. Rennunfall kann man durchgehen lassen, wenn man einen irgendwo verwandt hätte, dann vielleicht Hülkenberg. Aber das Kratze war ja eigentlich danach, wie das Auto vom Alonso aussah. Ja, das war sensationell. Auf der rechten Seite zwei Plattfüße hatte. Und das war noch so am Anfang der Runde und dann, Alonso hat hinterher gesagt, er glaubt, jeder andere hat das Auto abgestellt und ich glaube es ehrlich gesagt auch, ich habe noch niemanden gesehen, der mit so einem Auto weitergefahren ist. Der hatte auf der rechten Seite, Du kommst jeden Tag mit so einem Auto in die Arbeit, ne? Ich heiße ja nicht Robert. Der hatte auf der rechten Seite zwei Plattfüße, das Auto hing komplett runter, der ist auf der rechten Seite nur auf dem Unterboden gefahren. Der hatte, das Auto hatte fast keine Lenk- und Bremseigenschaften mehr. Die Karre war komplett schwott und du kannst als Fahrer, Manch einer mag vielleicht hier sagen, das ist der McLaren schon, wenn er aus der Fabrik kommt, aber... Da hat Alonso vielleicht auch noch was zu gesagt. Auf jeden Fall war es halt wirklich so, der Alonso ein Auto, wo rechts alles kaputt ist und der Fahrer weiß da noch gar nicht, habe ich jetzt so einen Plattfuß oder ist da eh schon alles hin auf der rechten Seite. Und dann hat er dieses Auto da wirklich zurück an die Box geslidet, wenn man so auf dem Unterboden, ist bei der Box einfach noch gegen die Mauer gefahren und hat es dann echt noch geschafft, dieses Auto noch zielsicher bei der Crew einzuparken, obwohl es eigentlich gar nicht mehr lenken kann. Und dann war wirklich das Krasse, also erstmal halt maximalen Respekt vor Alonso, dass der einfach so ein Biss hat, also das halt einfach macht, wo jeder andere Fahrer würde ich sagen würde, gut, ich lasse es dann jetzt. Der fährt weiter, kommt in die Box und das Team macht neue Reifen drauf, macht neuen Frontflügel dran, sagt ihm, ja, Unterboden ist kaputt und sagen halt, okay, wir fahren jetzt weiter, gucken, was passiert, Safety Car ist eh draußen, also verlieren wir jetzt auch nicht so viel und dann wird der am Ende noch siebter mit einem Auto, was eigentlich Schrott ist und Alonso sagt dann hinterher selber noch so, naja, der Unterboden war zwar kaputt, aber so viel langsamer war ich eigentlich gar nicht. Auch kein Kompliment an die Ingenieure zu Hause in Woking, kann man sagen, aber du kriegst deinen Alonso-Orgasmus später noch. Ja, dafür, ja. Schauen wir uns mal. Können wir einfach noch mal kopieren, glaube ich jetzt. Wirklich. Noch eine andere Geschichte, ich meine, es gab ja dann die Safety Car-Phase und in der Safety Car-Phase haben wir schon so ein bisschen was gesehen bei Vettel Hamilton und später ging es dann auch noch mal richtig rund. Hamilton hat Vettel des Regelbruchs bezichtigt. Wie habt ihr die Szenen gesehen? Ja, absolut. Also man hat schon gesehen bei dem ersten Restart geht es da jetzt. So ein bisschen das Barco 2017 Revival. Ich habe noch Scherze gemacht, irgendwie so, ja, jetzt knallt es gleich andersrum und dann passiert das wirklich fast. Also einmal bremst Vettel halt schon recht deutlich ab und Hamilton kracht ihm da fast in Sack, kann da gerade noch die Kollision vermeiden. Dann zieht Vettel wieder an und ja, er hat da sehr, sehr rumgespielt der Herr Vettel mit Beschleunigen, wieder Abbremsen und zwar so viel, dass der Hamilton dann meinte, ja, das ist mit dem Reglement gar nicht vereinbar. Erstaunlich auch, dass der das Reglement so gut kennt. Also man, das muss man jetzt ein bisschen erklären. Charlie Whiting hat danach sich auch hingestellt, der gibt ja inzwischen Rennleiter, Charlie Whiting gibt jetzt nach jedem Rennen eine kleine Mediasession, übrigens sehr toll, weil wir da Fragen stellen können, die aufgekommen sind, die wir vielleicht nicht so immer ganz verstehen. Charlie hat gesagt, alles okay für ihn, macht jeder und alles ganz gut. Herr Lewis hat gesagt, nee, ist nicht okay, ist im Reglement verboten. Dann haben wir uns tatsächlich mal unser schlaues Büchlein genommen. Also wir haben das relativ oft gebraucht jetzt in dem Rennen, was auch Strafpunkte und so weiter angeht, muss man oft mal was nachschauen. Und dann gibt es im sportlichen Reglement tatsächlich, hier in 39,16 wird das Ganze geregelt. Also es gibt dieser Safety Car Paragraph an sich ist schon ziemlich lang im Reglement, geht schon hier auf Seite 33 los und geht hinter bis auf Seite 37. Und dann hat Lewis tatsächlich recht. Hier drin entsteht, dass man sobald die Lichter vom Safety Car ausgehen und man sich auf den Restart vorbereitet, darf zwar der Führende die Pace diktieren, er darf aber nicht versuchen, den Hintermann in die Irre zu führen, indem er bremst, Gas gibt, bremst, Gas gibt und so weiter oder irgendwie was Gefährliches macht. Und das hat er, wir haben uns die Onboards öfter mal noch angeschaut, eigentlich ein bisschen gemacht, Flo. Was ist dein Eindruck? Es sah ein bisschen nach Bremse aus, ja. Und das eigentlich auch nicht nur einmal. Er hat halt das Feld ganz, ganz lange zusammengestaucht bis zum Schluss eigentlich und hat halt mehrfach Tempo angezogen, wieder langsamer geworden und da gab es wirklich diese eine Szene, wo Hamilton wirklich ausweichen musste, was zum einen Haar geknallt hätte, so wie letztes Jahr und da muss man sagen, 2017 Hamilton, der ist halt damals durch die Kurve gefahren, hat am Kurvausgang rollen lassen, der hat nicht gebremst. Bei Vettel sah es aber schon ein bisschen nach der Bremse aus, aber auch bezeichnet eigentlich, dass Hamilton, obwohl nichts passiert ist und er das Rennen gewonnen hat und eigentlich sagen könnte, ja, ich reiß jetzt ab, alles gut gelaufen für mich, trotzdem damit anfängt und auch, wie letztes Jahr eigentlich schon, dann den rumen den Zeigefinger rausholt und sagt, schlechtes Beispiel für die Jugend und keine Vorbildfunktion erfüllt und dass es halt unfair ist, schon so eine Stichelei. Aber, wir haben uns die Szene echt oft angeschaut. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig aus der Onboard ohne Fahrereingaben, wir haben keine Einblendung gehabt, wer auf dem Gas war, wer auf der Bremse, wenn es ein Formel-1-Auto beschleunigt und der andere eben gerade vom Gas geht. Geht so aus, als ob er bremst. Genau, das ist extrem schwer zu beurteilen, aber es sah auf jeden Fall, ich glaube, so weit kann man gehen, schlimmer aus, als das, was Hamilton letztes Jahr gemacht hat oder als Vettel ihm da reingefahren ist in die Kiste. Da war ja ganz klar, Hamilton ist nicht auf die Bremse gegangen, sondern hat nur rollen lassen. Vor allem ist es auch eine andere Situation, weil es war ja auch so, dass es noch sehr früh in der Runde war, es war ja vor Turn 16 noch und Hamilton ist normal die D-A-Linie gefahren durch die Kurve durch, hat vielleicht auch ein bisschen das Tempo angezogen, um Reifen kurz anzuwärmen, am Ende wieder vom Gas, also eigentlich noch eine normale Bewegung, wenn man so will, in der Safety-Ker-Phase und der Vettel, der war ja schon eigentlich kurz auf einen Restart einzuleiten, was Hamilton ja damals überhaupt noch überhaupt nicht war. Das ist tatsächlich das Problem in Baku. Ich wollte gerade sagen, das ist Baku natürlich auch schwierig, weil die Zeit eben, bis der Safety-Ker sich abgesetzt hat oder der Weg einfach noch dann bis zur Safety-Ker-Linie einfach so unfassbar lang ist. Da richtig den Zeitpunkt abzupassen, wann man beschleunigt, damit man das Safety-Ker nicht wieder einholt und dann komplett gefickt ist, piep, piep, muss man leider ziemlich hart taktieren und Sergio Perez zum Beispiel hat es ja auch noch erwischt, der wurde auch noch bestraft, weil er dann zu früh überholt hatte und das bildet sich dann natürlich hinten auch noch dieser Ziehharmonika-Effekt, dass dann halt es vielleicht auch noch andere Fahrer dann hinten raus machen, genauso machen, was dann, ich glaube, Vettel sogar sich da so mit verteidigt hat. Hat sogar Charlie Whiting gesagt, passiert überall, Louis hat gesagt, das zählt nicht, weil die machen alle das, was der Führende macht, wo er recht hat. Stimmt, ja, genau. Aber man muss auch sagen, also die Stewards haben sich das auch angeschaut, Charlie hat das weitergegeben, die haben das ähnlich gesehen wie letztes Jahr, so ein bisschen Vettel, Hamilton, Hamilton, Vettel. Man muss dazu auch sagen, die Stewards haben auch gesagt, es ist schwierig zu sehen, was jetzt Reifen aufwärmen ist und was nur dafür da ist, um den Hintermann zu irritieren. Die haben es natürlich ein bisschen leichter, die haben dann die Telemetriedaten und so weiter, aber es ist nicht immer glasklar. Aber was ich jetzt erfahren habe, ist, dass dieses Thema tatsächlich nochmal aufkommen wird in Barcelona und Charlie Whiting das mit den Fahrern auch besprechen wird, explizit, weil Hamilton auch gefordert hat, ich will das jetzt wissen, weil wenn man das machen darf, dann halte ich ein bisschen mehr Abstand und es ist wirklich wichtig auch zu wissen, was du da jetzt genau erlaubt hast und was nicht und kann auch gefährlich werden. Es ist halt ein schwammiger Paragraf, also es wird schon schwammig ausgelegt und am Ende finde ich es dann erstmal, ist es zumindest gut, wenn es so ausgelegt wird, dass es nicht bestraft wird und wenn nicht noch die 8000. Strafe haben in diesem Rennen, das ist immer gut, wenn es halt zumindest nicht so ultimativ gefährlich ist und ganz so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. War es eine Revanche für letztes Jahr? Nein, glaube ich nicht. Ich denke nicht, dass das da noch im Kopf war. Der Vettel, der hat zwar ein Elefantengedächtnis, glaube ich, was sowas angeht manchmal, aber nee. Das ist ja auch dumm. Das geht ja auch sein Eingangsrennen damit, wenn jemand hinten draufknallt, ist vorbei. Ich persönlich glaube, das war schon noch ein bisschen im Hinterkopf und ich meine, du musst dir eine Strategie zurechtlegen für den Restart. Du legst dir nirgends so eine Strategie zurecht wie in Baku für den Restart und ich glaube, der hat dann schon gesagt, okay, mache ich es halt so wie der Hamilton letztes Jahr. Ich meine, wurde auch von den Stewards ganz klar festgestellt. Ich glaube, das Thema ist eigentlich nur ein Thema, weil es eben jetzt wieder Baku war und genau das Gleiche war. Das ist ja ganz normal eigentlich, dass ich sowas mache. Das fällt in Baku halt auch jetzt nur, weil es im letzten Jahr ein Thema war, nochmal mehr auf und weil es in Baku so ein krasser Fall ist mit diesem langen Weg, wo man so viel planen muss und ich glaube, auch deshalb kommt dieses Thema jetzt überhaupt so groß auf. Vielleicht verlegen wir die Safety-Kar-Linie da ein bisschen und dann... Das ist schon echt arg später. Aber okay. Ja, vielleicht vor die 16. Kurve. Dann können Sie durchziehen, das ist okay. Vielleicht sollte man zwei Safety-Kar-Linien einführen. Bitte nicht noch eine Safety-Kar-Linie. Also eine dritte wäre es ja dann. Aber wenn du natürlich die Safety-Kar-Linie nach vorne verlegst, dann hast du das Problem, dass in der Safety-Kar-Phase, der VSC-Phase, wenn du in die Box kommst, von dieser Safety-Kar-Linie bis zum Boxeingang nochmal angasen darfst, wie du willst. Das wäre dann zu lange. Also das heißt, wenn dann müsste man noch eine dritte Safety-Kar-Linie einführen und so weiter. Dann halt eine Restart-Linie. Oder machen die entstehenden Restart, was die eh machen wollten, was ein bisschen doof wäre. Charlie Whiting hat tatsächlich gesagt, es ist ja nicht so wie in anderen Serien, wo du eine Beschleunigungszone hast von ein paar hundert Metern. Also vielleicht wäre auch das für Baku eine veritable Lösung für die nächsten Jahre. Aber schön, dass wir wieder viel zu diskutieren haben. Erste Runde und die Folgen davon, glaube ich, haben wir damit ganz gut abgehandelt. Ja, mehr ist nicht passiert, zum Glück. Keine Rennunterbrechung nach Grosjean-Unfall. Ja, Chaos gab es dann am Ende nochmal. Fast wie in der ersten Runde, wenn man so will. Nämlich Romain Grosjean, der in der Safety-Kar-Phase in der zweiten, die ja die Red Bull-Piloten ausgelöst haben, im letzten Renndrittel, seinen Haas vor Turn 13 einfach mal an die Wand gesetzt hat beim Reifen aufwärmen. Episch. Ja. Fast sehr stark. Man muss halt sagen, das ist anderen auch schon passiert beim Reifen anwärmen. Aber da stand keine Mauer. Die sind halt dann wie soll ich sagen, das war ein bisschen peinlich. Aber der Ericsli ist ihm auch richtig hart hinten reingefahren. Ja, total. Ja, gut. Also das war ja der ursprüngliche Verdacht. Ja, er hat dann erstmal, also ich glaube, der hat seinen Kopf da komplett verloren. Er hat dann am Ende klargestellt, was passiert ist. Er hatte beim Reifen aufwärmen, ist da an den Schalter gekommen, hat die Bremsballons verstellt, nach hinten. Und dann hat er, als er beim Reifen bremsen anwärmen, einem auf die Bremse gegangen ist, hat dann die Hinterachse blockiert und dann ist er abgebogen. Aber von Platz 6, muss man ja auch noch sagen, der war ja hinter Sergio Perez. Der wäre also, 6. oder 5. irgendwo, da wäre er reingekommen wahrscheinlich. Vielleicht sogar Podium. Wobei Perez hätte er nicht gekriegt. Aber es wäre trotzdem ein super Ergebnis noch verhasst geworden an einem gar nicht so tollen Wochenende. Und dann hat er da erstmal die Safety-Ker-Phase noch unnötig verlängert. Das war ja eh noch so ein Punkt, das Rennen wäre eigentlich dann fast schon wieder aufgenommen worden. Und dann setzt er noch sein Auto in die Wand und das müssen ihn noch bergen. Also da hat er eigentlich keinem einen Gefallen mitgekommen. Auch nicht seinem Mechaniker in der Garage, der danach dann sich, glaube ich, zu Tode erschreckt hat, als, was weiß ich, was Grosjean da an die Wand geschmissen hat. Das war eine krasse Szene. Ich habe nicht gesehen. Nee, es gab einen Schlag, das war unfassbar. Aber, naja, nicht sein Wochenende auch insgesamt. Qualifying auch schon komplett daneben. Getriebe, man weiß noch nicht genau, ob es nicht jetzt das Getriebe wegen Grosjean kaputt gegangen ist oder andersrum. Ich habe da meinen klaren Verdacht. Wollte nicht sagen, welcher das ist. Naja, da saß er auch schon hinterm Zaun und war gefrustet und gestern dann auch wieder und es ist einfach unfassbar, wie man das schaffen kann. Also das ist, wie man crasht so schön wie Roman Grosjean. Ich glaube, Grosjean haben wir schon als eine Pflaume des Wochenendes abgetan. Das andere war natürlich dann noch, wir haben es vorhin schon besprochen, Bottas, ganz bitter und ursprünglich haben viele gedacht, ja, das ist noch von den Red Bulls und es wurde nicht richtig aufgeräumt in der Safety-Car-Phase. Tatsächlich war es aber nicht von Verstappen-Ricardo, sondern direkt nach dem Restart gab es den Zweikampf Pierre Gasly gegen Kevin Magnussen. Gasly lag dann auch in den Punkten auf Platz 10, glaube ich und dann, es war leider nicht zu sehen. Wir haben gehört und es gab ja auch die Strafe dann für Magnussen, der Magnussen war neben Gasly und ist einfach reingefahren in den, also komplett jenseitig. Wir haben am Anfang der Saison schon mal die Haas-Fahrer kritisiert, dass es eine ziemliche Pannenkombination ist aus den beiden. Am Anfang fanden wir noch, ja, vielleicht haben wir ein bisschen Unrecht getan, nachdem sie recht flott unterwegs waren, aber jetzt kommen sie wieder, fallen sie wieder in alte Muster. Der hat damit ja nicht nur das Rennen von dem Gasly kaputt gemacht, der eigentlich den Punkt verdient hätte. Sein eigenes auch noch. Sein eigenes hat er kaputt und von dem Bottas, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also zunächst war noch die Kritik da von den Mercedes-Chefs von Toto Wolff und Niki Lauda an die Stewards oder auch an die Marshalls, warum denn dieses Trümmerteil da nicht weggeräumt wurde, aber da wussten sie eben noch nicht, dass es aus diesem Magnussen Gasly entstanden ist und somit war ja im Grunde nur ungefähr eine Minute Zeit, bis die Autos wieder rum waren, dass dieses Teil da hätte überhaupt weggeräumt werden können. Da muss erst mal ein todesmutiger Marschall das sehen und dann dahin sprinten. Das passiert dann natürlich, leider ist für Bottas natürlich ultra frustrierend. Tut mir wirklich leid, also der Bottas hätte diesen Sieg echt so verdient gehabt, als einziger ohne Fehler und dann durch so eine blöde Sache die Magnussen sich da leistet. Naja. Dann hatten wir tatsächlich nochmal ein paar Fälle für das hier. Der DRS-Zone. Aktivierung war irgendwie nicht, also das ist ein VOM-System, also nicht FIA, sondern FOM-Zeitnahmesystem, dass das alles freigibt, weil man DRS nutzen kann und so weiter. Das ging dann kaputt im Rennen, das heißt, es musste manuell gemacht werden, dann gab es ein paar Verstöße dagegen. Komplett, kompletter Wahnsinn dieses Rennen, muss man sagen. Es gab aber keine Strafen. Inzwischen wissen wir auch, warum es eigentlich so ist, wieso es da keine Strafe gab für falsches Nutzen. Wir haben von den Teams gehört, das ist teilweise ultra kompliziert für die Fahrer. Also ich habe gehört, beim ein oder anderen Team ist es so, dass man dann ins Untermenü gehen muss als Fahrer und die Option 42 oder sowas auswählen muss, um das dann manuell alles zu betätigen. Und jetzt stellt man sich davor, man fährt mit 320 kmh, scrollt da im Untermenü auf Punkt 42 und es ist ja Wahnsinn. Also deswegen, also da muss man sagen, haben die Stewards gut geurteilt, dass man da mal sagt, okay, passt, war jetzt kein Riesenvorteil oder so und es passiert nicht alle Tage, dass das System kaputt geht. Und jetzt kommen wir zum schönsten Teil. Ja, schon klar. Der Besen, Flo. Ich sage doch, das ist kein Besen, das ist ein Handkehrer. Sei froh, oder? Ja, aber man muss es dazu sagen, wir hatten ja eine Wette, das kann unser Videoman Jörg sicherlich einspielen. Du hast gesagt, sauber schafft keine 10 Punkte in dieser Saison. Ich muss eine Sache auch vor allem sagen, Baku ist für mich nicht gut. Ja, ich habe letztes Jahr gesagt, dass Lance Stroll keine 10 Punkte holt und da war meine Wette auch schon in Baku hin. Ich sollte keine Wette mehr vor Baku abschließen. Besser wäre auch. Ja, und letztes Jahr musstest du eine Kaste Bier spendieren. Dieses Jahr hast du gesagt, du frisst ein Besen, wenn es so weit kommt. Ja, das ist ja kein Besen. Ja, aber wenn ich dir jetzt einen richtigen Besen bringe, frisst du ihn dann? Also du musst dir jetzt schon irgendeine Alternative belegen. Hast du noch irgendwelche Rennen, wo du hinfliegst dieses Jahr, wo es ekliges Essen gibt? China warst du schon, das ist gut für mich. Bring mir halt irgendwas mit. Oder du spendierst ja wieder eine Kaste Bier für die Redaktion. Das ist glaube ich am einfachsten. Da hat auch jeder was. Haben auch alle was. Genau. Wobei wir nicht was ekliges Essen haben auch alle was davor. Du musstest am Rennwochen auch schon Schokolade springen lassen. Sowieso. Auch schon, ja. Also deine Wetten in diesem Jahr? Ja, wobei, die sind nicht alle so schlecht. Ja, also einigen wir uns wieder auf Bier. Ja, die ist gut. Bier für die Redaktion. Gut, dass wir so ahnungslose Kollegen haben. Müssen wir weder Schokolade noch Bier kaufen. Fahrerranking. Aserbaidschan Grand Prix 2018. Zum Abschluss haben wir dann noch den, ja, den müssen wir noch mal ein bisschen nachputzen. Genau. Wir wischen jetzt auch noch mal Teuch durch. Was ist ja eine Schuppe. Ja, das ist Macron. Ja, gut. Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Fahrerbewertung. Nein, ich weiß mal, wo ich bin. Okay. Du kehrst gerne, ne? Die Fahrerbewertung, die machen wir heute noch. Da kehren wir jetzt auch noch mal feucht durch. Und sagen noch mal, wer denn für uns drei eigentlich unsere Härtefälle waren. Sowohl positiv als auch negativ am Wochenende. Es ist gerade schon mal kurz durchgeklungen, glaube ich, bei dem einen oder anderen in beide Richtungen. Und jetzt noch mal kurz und knackig. Ich sage einfach mal, Flo, leg du mal los. Dein positiver Härtefall. Ich mache es kurz. Alonso habe ich schon gefeiert. Wie gesagt, also so ein Auto noch zurückzubringen, einfach maximale Anerkennung dafür, dass der so bis zur Durchhalteformung hat und dann noch so ein gutes Rennen fährt. Noch siebter wird vorm Teamkollegen landet. Mal wieder alles richtig gemacht. Mehr konnte McLaren nicht rausholen. Der Alonso ist halt echt eine Bank. Aber wie gesagt, gerade diese eine Situation, das hat halt wirklich noch mal gezeigt, aus welchem Holz der gemacht ist. Was hat auch gezeigt hat, aus welchem Holz wer gemacht ist, Sergio Perez, der im Chaos mal wieder aufs Podium fährt, das achte Podium in so Mittelfeldauto und Nico Hülkenberg reist ab mit jetzt 137 Rennen oder so ohne Podest, obwohl der eigentlich dieses Jahr so gut fährt. Der ist eigentlich 2018 irgendwie auf seinem Zenit unterwegs, der fährt so gut, der hat auch wieder ein gutes Rennen trotz Getriebestrafe, war der gut unterwegs, hätte wahrscheinlich nach den beiden White Bulls auch den Science dann geknackt und setzt das Auto da schon wieder an die Wand bei so einem Rennen, wo es eigentlich auf dem Tablett serviert kam. Der hat dieses Podium so verdient, eigentlich, weil er so gut fährt, aber wenn es dann solche Rennen solche Chancen gibt, dann bringt er es nicht zusammen. Vor allem Barco ist nicht so ein Pflaster. Ja, das ist einfach nur schade. Deswegen negativ aufgefallen. Soll ich weiter? Ja, gut dann. Ich fange einfach auch mal negativ an, wo wir gerade bei Einschlägen in Mauern sind. Da waren wir eben auch schon mal bei Roman Grosjean. Das ist bei mir einfach dieses Wochenende komplett unten durch. Ich glaube, den habe ich jetzt schon zum zweiten Mal leider in dieser Saison als negativen Härtefall. Aber es war halt wieder Vollkatastrophe. Wie gesagt, schon im Qualifying ging es los. Bei Grosjean war ja auch noch nicht mal die Pace da, die war bei Hülkenberg zumindest noch da. Deshalb Grosjean, Mauereinschläge, Qualifying vollkommen vermasselt. Absolut unnötig. Und nee, sorry, aber das ist einfach die klare Sechs. Ja, dann die klare Eins ist bei mir Walter Ribottas. Habe ich auch eben schon gesagt, einfach blitzsauberes Wochenende gefahren. Gut im Qualifying war er hinter Hamilton. Aber gut, es ist auch ein Lewis Hamilton. Das ist halt einfach das absolute Qualifying-Monster. Da kann man mal so ein, zwei Zehntel verlieren. Das ist okay. Und im Rennen dann aber absolut kein Fehler. Perfekt durchgezogen. Einfach nur Pech gehabt und er hätte diesen Sieg verdient gehabt. Denn ja, Vettel hat auch sich da noch verbremst. Hat nur diesen einen kleinen Fehler gemacht, aber der hat gereicht und Walter ist einfach perfekte Leistung, reifend super gemanagt und ja, auf den Punkt. Ja, bei mir ist der positive Härtefall sehr freulich, denn ich habe vor der Saison auf Rookie des Jahres Charles Leclerc getippt und die ersten Rennen waren ein bisschen enttäuschend. Also das erste Rennen war gut, aber Qualifying war immer so ein bisschen enttäuschend gegen Eriksen. Jetzt hat er wirklich mal gezeigt, was er kann. Der hat letztes Jahr schon beide Rennen der Formel 2, GP2, in Baku gewonnen. Also der hat das da irgendwie richtig drauf und der Vergleich mit Markus Eriksen bei der Pace unfassbar. Also der hat den gebügelt, hat den sauber im Q2 gebracht, ein sensationell gutes Rennen gefahren, auch mit Überholmanöver. Ich glaube, der ist einmal sogar in Kimi vorbei, dann wurde er wieder von Kimi überholt, aber absolute Top-Leistung für mich, ganz klar, bester Fahrer des Rennens, des Wochenendes. Auf der anderen Seite, nach dem Qualifying dachte ich mir eigentlich, Brenton Hartley, den kann keiner mehr von dem Pfeifen des Wochenendes verdrängen, nachdem er da geleistet hat. Erstmal selber angerandelt, dann nach dem Teamkollegen das Qualifying-Fassade und für einen riesen Horror-Crash fast gesorgt. Aber dein Kimi hat es dann doch noch geschafft, den zu verdrängen, denn der hat nämlich auch ein Horror-Qualifying hingelegt. Im Q2 hat er sich schon versaut, hat sich nicht auf den Super-Soft-Reifen qualifizieren können, musste dann die Ultra-Softs drauf schnallen. Im entscheidenden Q3 hat er dann zweimal einen Fehler gemacht in der letzten Kurve. Besonders mittlerweile eigentlich wieder schneller war als der Vettel. Der war schneller als der Vettel im Training, der war schneller im Q1 sogar, glaube ich, noch als der Vettel und dann macht er solche Fehler. Das ist unfassbar, das darf nicht passieren und im Rennen dann, ich habe es auch schon gesagt, für mich eher ein Fehler von Raikönner als von Ocon. Also ich weiß nicht, irgendwie in den vergangenen Jahren war es oftmals Pech, dass er auch zusammengekommen ist bei ihm. Jetzt war es, ja, es ist bitter, weil er hatte die Pace, er hat die Pace in der ganzen Saison, aber an dem Wochenende, sorry Kimi, das war gar nichts. Ja, mit dieser fragwürdigen Einschätzung von Christian sind wir dann auch erstmal durch und ja, ich kann euch nur noch mal unsere neue App wärmstens ans Herz legen, runterladen, immer die neuesten News direkt aufs Smartphone kriegen, auch per Push-Benachrichtigung. Wenn ihr diskutieren wollt, User-Fragen könnt ihr ja hier immer stellen in den Kommentaren. Wenn ihr aber auch noch euch noch mehr austauschen wollt, nicht nur hier, haben wir auch noch eine neue Facebook-Gruppe gestartet für die Formel 1, wirklich nur für die Formel 1, für die beste Motorsport-Serie, dieses Planeten, ganz klar. Und ja, kommt rein, ist auch unten verlinkt in der Beschreibung. Und wir verabschieden uns dann hier erstmal mit der Barco-Analyse und hoffen, ihr habt uns hier einen schönen Spielfilm genossen und ja, sagen dann schon mal bis Spanien! Wow, erstmal durchatmen. Dann geht es nach zwei Wochen weiter nach Barcelona. Bis zum nächsten Spanien Grand Prix haben wir noch viel spannende Videos für euch geplant. Klickt am besten gleich auf das Glockensymbol, um immer direkt über neue Videos benachrichtigt zu werden. Und verratet uns doch in den Kommentaren, wer euer Favorit im Titelkampf ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com